Das Kind hat das Jut und keinen Menschen auf die ganze Welt nicht, braucht was von Wissen. Ich springe im Kanal, ich schreibe Zettel, ich lasse Zettel zurück. Du hast mit deiner verfluchten Schlechtigkeit deine Pauline ins Wasser geschrien. Sie haben geklagt, dass ihr Kind hier nicht zunehmen will, Frau John. Eigentlich ist es ja ein Verfallssyndrom unserer Zeit, dass die meisten Mütter, ihre Kinder selber zu nähren, nicht nährfähig sind. Wenn ich nur sage, was wahr ist, Frau John. Was denn? Mein Kind? Mein Kind ist auf dem Lied! Was denn das? Frau!